Hi Leute, was geht? Hier ist euer Putschmann in S2. Heute habe ich für euch einen kleinen Outfit Glitch und zwar wie eine Einsatzweste, egal welche Einsatzweste, plus eine x-beliebigen Panzerung anziehen könnt. So, ihr eine Einsatzweste und ihr einen von diesen Panzerungen. Gut, die hier ist zwar am Ende etwas anders, so eine graue, aber das macht ja nichts. Jedenfalls, das steht auf beiden Charakteren, also auf dem weiblichen und auf dem männlichen. Daher ist es egal, was ihr nehmt. Es steht auch hier bei jeder Einsatzweste. Ich nehme zum Beispiel hier die schwere schwarze Einsatzweste. Die müsst ihr dann anziehen. Wenn ihr die dann anziehen habt, müsst ihr im Inventar fest, also einstellen, lässt ihr unter Panzerung und da Panzerung automatisch anzeigen. Das müsst ihr unbedingt auf eine haben. Wenn ihr dies dann habt, geht ihr hier an die Theke, also wo man die Panzerung so alles kaufen kann. Dann sucht ihr euch da eines aus, was ihr davon haben wollt. Und wenn ihr euch jetzt was auszutut habt, zum Beispiel hier diese schwere Panzerung, dann kauft ihr sie hier einmal. Wenn ihr dies gemacht habt, dann war es das schon eigentlich mit dem ganzen Glitch. Geht ihr einfach raus, dann seht ihr schon, dass die Panzerung durch diese Weste durchbackt. Es steht, wie schon gesagt, mit allen Westen und allen Panzerungen, also ja, das war es eigentlich. Natürlich bedanke ich mich wieder fürs Zuschauen und haut rein.